Hi! Willkommen zurück bei unserem XCOM 2 Let's Play. Wir sind hier in einem ziemlichen Schlamassel und wollen gucken, dass wir das irgendwie gelöst kriegen. Also zuerst mal muss ein Arcon muss down. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Okay, das ist schon mal okay. Der gute Riu. Moment. Patrick. 86, okay. Ach, schade. Okay, sehr schön. Der hat nur noch zwei. Will heißen. Wenn, dann habe ich noch alles. Der Daniel. Daniel würde ich gerne auf Ovidan schießen. Ähm, du machst nix. Der gute Ronny. Kann der uns irgendwie helfen, der eine Doppelatze machen. Das kann er sogar. Das kann er sogar. Und zwar. So. Mit dem garantierte Schade. Mitchell hat eventuell noch eine Blendgranate, die wir hierin feuern können. Erstmal gucken, was kann der Daniel hier ausrichten. Oh, der ging meileweit vorbei. Ja, das steht noch leider. Rio. So. Äh, nein. Hier ist doch markiert. Setze Kletterhaken ein. Man möchte jetzt fragen, wieso ich das gemacht habe. Und zwar aus dem Grund, weil ich gehofft habe, dass der mir ein bisschen schade macht. Und weil der, ähm, Rio, äh, Panzerung hat. Also quasi so als Lockvogel. Ich hoffe, er wird es mal verzeihe. Und hier. Können wir hier alle beide? Das wäre super. Ich blende sie. Sehr schön. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. So, mach jetzt das, was ich von dir erwarte. Sie haben mich flankiert. Geht auf Feuerschutz. Okay. Feuerfedern. Wow. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber das ist, äh, mit das Beste, was uns passieren könnte. Würde ich dir mal fast sagen. Gut. Auf der Rio sind keine Feuerfedern. Der Treffer wäre richtig gut. Gut. Na, immerhin, immerhin. Zwei weniger. Auf den Nico auch nicht. Oh ja. Oh ja. Okay. 74. Hopp, Nico. Yo. Super. Auch direkt bei Mitchell gedroppt. Ein bisschen wenig, hä. Ein bisschen geizig, das Vieh. Okay. Wir haben noch Feuerschutz. Ähm. Daniel. Siehscanner. Wir haben noch sechs Runde. Dann laden wir nur. Ich bin bereit. Ah, das war kostenlos. Sehr schön. Dann gehen wir auf Distanzschutz. Der Erflichtüberwachung läuft. Okay, okay, okay. Dann haben wir noch alles. Ah, der ist auch noch da. Kommo näher. Der Ronny, das Mitchell und der Patrick. So, wo sind die Viecher? Ich nehme einfach mal in Kauf, dass die schlecht schießen. Oder uns gar nicht ziehen. Ist natürlich auch gut. Hopgrid. Leider nicht. Haha. Patrick. Aber es ist nicht viel. Rücker aus. Okay. Einer weniger. Einer weniger. Einer weniger. Feind neutralisierte. Okay, der gute Ronny muss jetzt irgendwo hin, wo er eigentlich möchte ich schon mal diese Richtung. Einfach nur offene Feuerfedere weg. Und zwar, nee, der Ronny kann momentan nicht hacken. Der Ronny ladet Feuerschutz, schadet nix. Okay, der gute Knilch ist nicht mehr desorientiert. Dann hilft, dass er wartet. Gut. Einwand frei. Ja, Ronny, ist hier warm hier. Der gute Ronny. Wer sieht denn hier nur eine Dummo? Mitchell. 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 Oh ja, das ist mir einfach zu dumm. Nico muss irgendwo hin, wo er es sieht. Kein Problem. Ich hoffe, es ist auch irgendwo hier. Na, nee, ich gehe im Gefächtsprotokoll. Super. Aber, lass mal eine Granate. Läuft. Okay, dann würde ich sagen, das gute Mitchell ist nur ganz radikal. Daube ist nicht. Das ist gut. Daniel kommt schon mal ganz gewaltig nur. Ähm, der gute Mensch kommt auch da oben her. Und der gute Rio. Muss unbedingt Nollade. Und geht mal auf Feuerschutz. Bereit für den Angriff. Okay. Der gute Nico kommt jetzt. Wo muss ich hin? Vier Runde, da hin. Okay, müssen wir uns sputen. Okay, es ist nämlich viel. Jetzt öffnen die Leitnotzieher. Das ist ja schon mal richtig. Köpfchen runter. Der gute Nico. Patrick. Patrick, du musst ganz dringend noch hoch. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Patrick tut einfach nur Lade. Dann mal los. Gebe Feuerschutz. Ähm, Ronny lad auch Mono. Ich kann nie wissen. Ich kann nie wissen. Nico wird auch nachladen. Waffe geladen. Okay. F1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Position bestätigt. Nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, du kommst auch hierher. Nico, spurte dich. Oh, da war noch eine Gruppe, aber ich glaube, ah, die sind weit weg, ich glaube, ich glaube, wir haben ein Problem. Ah, ein bisschen vielleicht, gucken wir mal mal, kommt keiner da hin. Das ist blöd. Ach so, okay, stopp, das war noch mein Zug. An den Eck schon kommen wir aber hin. Oh, wow. Oh, der Nico schießt einfach Mut durchs Dach und killt den Stunny. Das ist so gut. Okay, ähm, Rio. Was ist denn das für eine blöde Abholzone? Äh, Rio ist gepansert. Also, wer der ist, erst mal die Overwatch-Trigger. Naja, er schießt sogar vorbei. Okay, wo ist unsere VIP? Okay, bin unterwegs. Spurte los! Okay, bin unterwegs. Okay, bin unterwegs. Und noch der Nachzügler. Ah, den Offizier lassen wir als erst mal Offizier sind. Denn wir gehen jetzt nach Hause. Wow, dass man uns aus dem Schlamass noch mal rausziehen konnte, ist schon nicht schlecht. Also, 2A-Kons auf MW, das ist schon heftig. Ja, das ist gut, das Imitationsgerät. Gut, dass wir das dabei heute. Manchmal ist so ein bisschen defensiv, aber nicht schlecht. Okay, mir müsste auch, glaube ich, 2 Beförderungen. Zumindest, ähm, Greta, Ronny und Mitchell, wenn ich mich recht entsinne. Das wäre nämlich sehr ideal. So, dort müssen wir unbedingt mal gucken. Ähm, wie es im Testbereich aussieht. Und dann können wir auch eventuell noch den Bau von einem Gebäude anstoßen. Aber wir haben jetzt erst mal auch den Codex gekillt. Also, beziehungsweise den Schädelstecker eingesetzt. Und das ist schon mal viel wert. Das reduziert das Avatar-Projekt, nämlich 8 mal um ein paar Punkte. 2 hoffe ich doch mal. So, das hilft uns auch immens. Ich bin immer froh, wenn unsere Einheiten ohne Verluste zurückkehren. Besser hätte es nicht laufen können. Ah, doch, der Rio. Na, nehmen wir auch. So. Schwere Geschütze. Natürlich. Mehr Granate ist immer gut. Und, äh, gute Ronny. Der kriegt auch... Er wird auch ein Medic. Kommander, bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung des Codex-Firms. Ja, kein Problem. Wir beginnen sobald wie möglich mit der Arbeit daran. Und manche Informationen ist noch dabei rausgesprungen. Das ist sehr schön. Um 1 nur reduziert. Super, Herr Ingenieur. Crash-Bereich. Guck mal, morgen. Äh, gut. Wir brauchen gerade nichts. Das heißt, ähm, gönnen wir uns die Sprengkörper. Ich glaube, Blu-Screen-Tor war eigentlich noch ein bisschen zu viel. Roboter-Einheiten haben wir noch gar nicht. Feldmedizin wäre aber auch richtig gut. Der Rage-Anzug hätte auch was. Hm, hm. Legierungen haben wir genug. Kristalle auch. Kerner. Hm, ja. Hm. Ich glaube, komm, wir bauen mal den Rage-Anzug. Klingt gut, Commander. Ich lasse dich nicht. Der interessiert mich nämlich auch, was der so alles kann. Dann, ähm, stimmt. Wir haben noch einen Ingenieur. Wie schaut's denn hier aus? Und zwar... Was kann ich denn hier Schönes tun? Schattenkammer bräuchte ich. Ähm, da brauchen wir allerdings N-Energie. Schattenkammer ist actually gar nicht schlecht. Oder das sollte ich eine Defense-Matrix. Ne, eher nicht. Oder ich könnte sie erst mal gucken, dass wir die Werkstatt gebaut kriegen. Ich glaube, das machen wir sie eher schon mal. Okay. Das haben wir... Das erledigt. Haben wir noch irgendeiner, der nix macht? Ähm... Nö, die sind alle gar beschäftigt. Vater hat sich selbst geopfert um das Schiff. Also, wir haben momentan überhaupt die Verletzte. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Okay. Weil das heißt aber... Das heißt aber, dass ich hier noch Ingenieur im fortschrittlichen Kriegszentrum, der Klaus Weber, den brauchen wir hier drin gar nicht momentan. Das heißt... Klaus... Verteidigungs-Matrix. Ich meine, als nächstes müsste ich eh... Damit ich die Energie-Creen mal Energie-Relay update. Das kostet uns 80 Vorräte. Ne, da gibt es noch irgendwann die Elerium-Leitung. Das ist vielleicht effektiver. Aber die Schattekammer... Hm, 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 hm. Der könnte aber auch hier helfen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Genau, der hilft hier. Der Klaus Weber. Weil hier ist eine Energiespule. Das kostet es nämlich nichts, wenn ich mal was drauf baue. Dann würde ich sagen, baue mal die Schattekammer hier drauf in 10 Tage. Und hier baue mal eine Verteidigungs-Matrix aus dem einfachen Grund, weil ich mal in die Hand will. Okay, dann gucken wir mal kurz hier. Mir forsche Gauss-Waffe. Das ist soweit in Ordnung. Offenbar war meine Vorgängerin bei der Befragung und Autopsie von Aliens recht brutal. Nach allem, was ich gehört habe, hat sie sich gern ihre Hände schmutzig gemacht, wenn sie es konnte. Ach, das war ein bisschen arm, nur Endpunkt. Beim Avatar-Projekt verlangsamt, Commander. Hoffentlich erweist sich das geborgene Material als nützlich, um die Pläne der Aliens aufzudecken. So, dann gucken wir mal kurz hier. Ah, hier ist ein UFO. Da wollen wir mal so überhaupt nicht hin. Wir können uns Informationen holen, Vorräte oder aber den Schwarzmarkt. Ich glaube, Vorräte brauchen wir noch mal. Aber das machen wir dann erst beim nächsten Mo. Bye, bye.